Hallo zusammen! Manchmal vergesse ich, wie viele Abonnenten ich habe. Glücklicherweise gibt es heute genug Videos für alle. Lasst uns loslegen! Mal abwarten, der Anti-Held ist hier nicht die Katze. Wir wünschen euch, dass ihr all eure Probleme im Leben genauso elegant zu euren Gunsten umkehrt. Man kann sich gut vorstellen, wie geschockt der Fahrer des weißen Autos war. Ihr seht euch aus dem Flughafenfenster die Maschine an, mit der ihr die nächsten sechs Stunden fliegen müsst. Wow, ich habe 60. Es ist nicht so, dass wir uns nicht mehr fliegen sind. Wir sind nicht mehr fliegen. Oh! Okay! In dieser Familie haben alle ein perfektes psychologisches Gleichgewicht gefunden. Hey, what happened? Der Kleine wollte die Werbung vor einem Trickfilm überspringen und nun wird er mehr Zeit an der frischen Luft verbringen müssen. An der Stelle des Babys hätte ich meine Zweifel gehabt, ob sie nach dem Wochenende wieder zurück nach Hause kommen würde. Sein Psychologe hat ihm empfohlen mit dem Gärtnern zu beginnen, um seine Aggression in den Griff zu bekommen. Erfahrung mag der beste Lehrer sein, aber hier scheint sie einen Tag frei genommen zu haben. Aus dem Straßenloch wird gleich ein klaffender Abgrund, aber ein zufälliger Superheld hat die Autofahrer im letzten Augenblick gerettet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er verließ das Haus mit dem Ziel, sein Motorrad versichern zu lassen. Wie sonst könnte man eine Hausfrau deutlich machen, dass sie kein gutes Weißspülmittel benutzt? Hoffentlich hat er sich am Ende entschieden, zur Fahrschule zu fahren. Stellt euch vor, ihr müsstet mit diesem Monster in einem Bett übernachten und anschließend um 6 Uhr morgens von ihm aufgeweckt werden. Der Bub scheint von der Hausmannskost nicht gerade begeistert zu sein. Aber ein Happy Meal wird er wohl erst als Volljähriger probieren können. Dieser Kater ist ein echter Kämpfer. Allerdings nur solange die Klappe fest zu ist. Ein guter Essenslieferer sorgt dafür, dass der Kunde sein Essen heiß bekommt. Und ein Hervorragender überprüft auch noch, ob es lecker ist. Okay. Der Besitzer dieser Katze hatte seinen Blender programmiert, um ihr das Markieren abzugewöhnen. Doch dadurch dürfte er eher den gegenteiligen Effekt erzielt haben. Auf der linken Spur hätte jemand entgegenkommen können und sie hat sich für ein sicheres Überholmanöver entschieden. Die Karte musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Sturm auf die Bastille. Ein Farbvideo. Karma hast du dieses Mal proaktiv gehandelt. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Drück den Gefällt-mir-Button, wenn ihr noch nie ein nutzloseres Video habt. Untertitelung. BR 2018 Dieses verlorengegangene Lamm ging selbst zur Polizei. Das klingt nach einem Disney-Film, doch es ist eine wahre Geschichte. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018